Hallo meine lieben Zuschauer, ich grüße euch ganz herzlich zu einem neuen Projekt. Ja, ein recht spontanes Projekt, da ich es vor zwei Tagen gesehen habe und ich das ganze Konzept irgendwie ziemlich interessant fand. Die Rede ist von Tiny and Big Grandpas Leftovers, ein sehr, in Anführungsstrichen, interessanter Titel. Genau wie das ganze drumherum doch recht interessant ist, vor allem die Story, die ist echt filmreif, ich sag's euch. Ist ein Indie-Plattform-Game und wird ein Blind-Let's-Play von mir. Ich hab mir nur mal das Tutorial und die Accessation ein bisschen angeguckt, um ein bisschen reinzukommen. Aber ich denke, das sollte auch erstmal reichen für die Erklärung, das sollte man einfach auf sich wirken lassen. Auf jeden Fall find ich's sehr interessant. So, wir starten ein neues Spiel. Ich werd euch dann gleich mal kurz ein bisschen die Story erklären, weil die jetzt nicht so ganz erläutert wird. Hier zwar in dieser kleinen Sequenz, aber das kann ich euch auch selbst erklären. So, ich spüre, ein Abenteuer ist nah. Ich denke, es ist an der Zeit, das Spielzeug wegzulegen und sich vorzubereiten. Puh, was glaubst du, was ich hier mache? Diese absolut naturgetreue Laser-Simulation bereitet mich perfekt auf die Realität vor. Guck doch. Ja, das ist Tiny und Tiny spielt auf seinem Reality-Boy. Ich weiß gar nicht, woher sie das haben könnten. Egal. So, das sind wir, wir sind Tiny, wir können rumlaufen, wir können springen und wir können nachher auch noch andere Sachen. Und wir können vor allem sterben, was? Wir können im Tutorial sterben? Das ist mir ja neu. Oh Gott. Wow. Echt super. Egal, das vergessen wir mal ganz schnell. Wie gesagt, wir sind Tiny und Tiny hat ein Problem. Denn Tiny hat von seinem Großvater die Unterhose geerbt. Das ist jetzt eigentlich schon ein Problem genug, aber das größte Problem ist, dass die dann auch noch gestohlen wurde von Big, seinem großen Erzfeind. Warum er das getan hat, das wissen wir nicht so ganz. Auf jeden Fall steht er anscheinend auf Unterhosen. Er ist ein Unterhosenfetischist und diese Unterhose hat magische Kräfte. Ich hab's ja immer gesagt, dass da irgendwas sein muss. Wie auch immer. Jetzt stellen wir uns natürlich zwei Fragen. Erstens, warum hasst uns unser Großvater so sehr, dass er uns nur eine Unterhose schenkt? Und zweitens, was ist an dieser Unterhose so besonders? Ja, das bleibt es an uns, das herauszufinden. Letztendlich, ja, bleibt uns ja keine andere Wahl. Das Spiel zwingt uns ja dazu, die Unterhose zu suchen. Das war auch schon die Story, ja. Und ihr seht auch schon, das typische Jump'n'Run-mäßige haben wir gerade schon abgearbeitet. Und jetzt kommen die Faktoren dazu, die ich recht interessant finde. Also, wir haben jetzt zum einen den Haken, mit dem wir Sachen ranziehen können und die dann entsprechend verschieben können, um sie halt als Plattform zu benutzen. Ich denke, das kennt man auch schon aus anderen Spielen. Das ist so eine Art Grappling-Hook. Nichts Besonderes eigentlich, aber das ist ja auch noch nicht alles. Das müssen wir halt hier gucken, dass wir irgendwie uns den Weg so bauen, dass wir rüberkommen. So, das war es auch schon. Und da ist auch schon die virtuelle Unterhose. Juhu. Nein, wirklich. Diese Story ist wirklich filmreif. Wer hat sich das ausgedacht? Also, ne, den sollte man echt mal engagieren für eine Hollywood-Produktion. Irgendwas in der Richtung. So, gut. Das Ganze jetzt nochmal mit dem Grappling-Hook, das wird uns hier alles sehr genau erklärt. Ich meine, normalerweise müsste man es jetzt schon begriffen haben, aber für so Leute wie mich ist es dann, glaube ich, immer mal wieder ganz gut, wenn es dann nochmal gezeigt wird. Nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Wie gesagt, das Tutorial habe ich schon mal gespielt. Ach, den muss ich auch noch verschieben, ne. Aber, und ein bisschen von der ersten Stage schon. Keine Angst, das sieht nachher nicht so aus. Das ist ja hier nur, weil er auf seinem Gameboy spielt. Äh, Reality-Boy, Verzeihung. Nicht, dass wir hier Copyright-Probliche bekommen. Und, so, das ziehen wir noch einmal schnell runter. Klettern hier nach oben. Und ziehen den Block runter. Dann haben wir das auch schon erledigt. Und vor allem, wenn man hier hochhuckt, das erinnert es auch sehr stark an, ich weiß gar nicht, woran mich das erinnert. Das ist ja wirklich sehr mysteriös. Egal. So, Unterhose eingesammelt und, äh, perfekt. The Radio ist übrigens unser Sidekick. Der hat sich einen sehr tollen Namen ausgedacht. Und, äh, ja, das lassen wir jetzt einfach mal. Er gibt uns hier jetzt Tipps, was wir machen müssen. Jetzt das zweite Werkzeug. Es gibt insgesamt drei Werkzeuge und die werden uns hier alle nacheinander erklärt. Das zweite Werkzeug ist der Laser-Cutter, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne. Damit können wir Sachen zerschneiden und sie dann verschieben. Das Ganze ist ziemlich cool, weil wir die Sachen beliebig oft zerschneiden und beliebig in sämtliche Formen zerschneiden können. Und ich glaube, das ermöglicht uns nachher wirklich ein sehr, sehr vielfältiges Gameplay. Erst denken, dann schneiden. Jeder Schnitt ist endgültig. Wenn du einen Schnitt abbrechen willst, einfach nochmal. Ja. Wie gesagt, das Tutorial ist doch sehr groß. Okay, also, das heißt hier einmal durchschneiden, dass wir das wegschieben können. Das einmal wegziehen. Das einmal wegziehen. Man muss übrigens aufpassen, die Dinger können uns auch zermatschen. Was nicht unbedingt angenehm ist. Ich spreche da aus Erfahrung und ich komme nicht hoch. Verdammt, das war jetzt erstmal schön, glaube ich. Ich habe versagt. Oder kann ich das auch schneiden? Nein, ich kann das nicht schneiden. Ich habe versagt. Im Tutorial. Kann ich die Unterhose zerschneiden? Nein. Gut. Dann gucke ich mir mal den Außenrand an. Wow. Das war wirklich sehr intelligent von mir. Egal. Wie war das noch? Erst denken, dann schneiden? Naja, so viel dazu. So, wir machen das jetzt ein bisschen besser. Hier erstmal das Abgeschneiden. Weil ich glaube, dass es dadurch auch recht kompliziert werden kann durch das Ganze. Aber wie gesagt, so viel kenne ich vom Spiel ja noch nicht. Ich habe ja noch nicht so viel angeschaut. So, das noch einmal runterziehen. Und ja, die Frage, wie gesagt, die ich mir immer noch stelle ist, was hat Big... Übrigens, wir heißen Tiny und Big, ne? Super. Was hat Big mit der Unterhose vor? Möchte er ein... Geschäft für... Ähm... Dementsprechende Bekleidung eröffnen? Möchte er damit irgendwas Perverses tun? Ich weiß es nicht. Also, die Vermutung, die ich habe, ist, dass diese Unterhose verdammt wichtig ist für den Vorbestand der Welt. Jetzt ein kleines Raketenträgen. So, das ist das dritte Werkzeug. Zieh da auf die Box, drücke mittlere Maustaste, um eine Rakete abzufeuern. Und ja. So. Wir können auch Raketen abfeuern. Wenn wir eine Rakete auf diese Box abfeuern, dann bleibt sie daran stecken. Und wenn wir sie dann nochmal benutzen, dann geht sie übelst ab. Ja, das ist total toll. Denn damit können wir Sachen verschieben. Das heißt, wir können Sachen verschieben, wir können Sachen ranziehen und wir können Sachen zerschneiden. Ein sehr gutes Repertoire an Möglichkeiten, wie ich finde. So, das war eventuell nicht so gut, aber das können wir jetzt auch einfach nochmal zerschneiden. Damit das Ganze... Ja, irgendwie so... Ach, ich kann ja auch so einfach rüberklettern. Wir brauchen das schon. So, das ziehen wir jetzt hier runter. Und die Boxen ist weg. Und man kann diese Sachen halt super kombinieren. Den Wöbling-Hook und die Raketen und das Schneiden müssen wir wahrscheinlich nachher auch. Kann ich aber noch nicht so viel zu sagen. Hervorglänzend. Wer sagt denn sowas heutzutage noch? So wie alle Videospiele hatte ich die Simulation perfekt auf alle Herausforderungen des wahren Lebens vorbereitet. So, genug gespielt, du musst hinter Big her. Für Ehre und Familie. Vielleicht ist Big ja auch sein Bruder. Tiny und Big, ne? Ich meine, da könnten sich Eltern auch mal Spaß erlaubt haben und weiter so genannt haben. Mist, die Batterien sind alle. Genau rechtzeitig. Das Abenteuer ist nah. Wirklich? Wo? Was? Ja. Somit beginnt das Abenteuer wie so viele Abenteuer mit einem Crash. Besser könnte es nicht enden oder anfangen. Was heißt, sie enden? The Bowl of Trying. Pods 1000. Was war das? Hat uns was getroffen? Fast hätte es mich erwischt. Ich habe meine ganze Ausrüstung verloren. Und wo zur Hölle sind wir hier? Ich werde dich führen. Los, sammle mich ein. Okay, wir müssen hier raus und Big finden. Müssen wir. Auf geht's. So, und jetzt seht ihr auch schon die ganze Grafikpracht. Ja, wie man es nimmt. Das ist mehr so ein Cell-Shading-Stil. Aber mir gefällt es. Ich mag ja allgemein Cell-Shading-Stile sehr gerne. So, und wir haben das Radio eingesammelt. Unseren Sidekick. So, wie ihr seht, wir sind an der Crash-Side. Und Musik fängt an. Sehr gechillt. Passt zur Umgebung. Wunderbar. Was lustig ist, wir können halt wirklich sehr große Sachen durch die Gegend schieben. Also, unser guter Tiny ist sehr stark in der Hinsicht. Also, ich weiß nicht, was er gerne isst zum Frühstück. Aber, und da haben wir auch schon ein Tool. The Tool. Ach, das ist der Grappling. Okay. Das ist jetzt irgendwie immer noch so ein bisschen Tutorial-mäßig. Das habe ich auch schon gespielt. Wir müssen jetzt hier die Sachen runterziehen. Ich meine, langsam könnte man uns auch begriffen haben. Aber na gut. Machen wir das halt nochmal. So. Ich weiß nicht, wie nervig das Radio noch werden wird. Aber bisher hält sich das noch in Grenzen. Gut. Jetzt müssen wir hier erstmal unsere Teile wieder einsammeln, die wir verloren haben. Da vorne ist noch eine Kassette. Hose dir und vervollständige deine Musiksammlung. Ja, mit diesen Kassetten können wir wohl Musik abspielen. Bisher haben wir ja nur dieses eine Stück. Moment. Wie komme ich jetzt? Kann ich schon schneiden? Nee. Ich muss erst meine Batterie wiederfinden. Und da ist die Batterie. Wie komme ich da dran? Indem ich... Ja, schneiden kann ich ja noch nicht. Kann ich da hoch? Oder könnte ich theoretisch einfach... Ja, genau. Ich kann das hier runterziehen. Übrigens wird es ab jetzt blind. Also nicht wundern. Ab jetzt weiß ich nicht mehr, was Sache ist. Und dementsprechend kann es sein, dass es dann mal zu Problemen kommen wird. Das ist ja immerhin ein Puzzle-Plattform. Also, was haben wir da? Die Batterie. Zähle, lege zur Übung diesen Kaktus. Nein, warum? Ich mag Kakteen. Aber man kann übrigens auch Kaktusse sagen. Wusstet ihr das? Das wurde letztens erst genehmigt. Man kann Kakteen und Kaktusse sagen. Auch wenn sich Kaktusse sehr fragwürdig anhören. So. Wunderbar. Siehst du diese Viecher? Zermatsche sie mit Felsen, um mit dem Laser zu üben. Äh, zermatschen? Bist du sicher? Keine Sorge, die Wüste ist voll von dem Ungeziefer. Wow. Das ist ja gerade schon wieder... Da fängt das Spiel so harmlos an und endet auf so brutale Weise. Aber na gut. Mein Freund, tut mir leid. Das muss jetzt leider sein. Mein Radio hat es mir gesagt. Eine super Ausrede. Super, du hast eins erwischt. Keine Sorge, die Wüste ist voll, ja. Das ist rechtfertigt noch lange nicht, dass wir hier alle umbringen. Nur weil es genug davon gibt. Dann könnte man auch sagen, man soll alle Menschen umbringen. Gibt ja genug. Äh, naja. So. Da komme ich jetzt aber auch ganz leicht ran. Ich zerschneide das einfach und ziehe es mir runter. Was haben wir denn da? Eine Kassette mit Musik. Unda, bidon, mea, borezco, cadaves. Ich kann kein Spanisch. Kann ich wirklich nicht. Ich hatte Spanisch in der Schule. Aber ihr wollt nicht wissen, wie das ausgegangen ist. Das ist traurig. Siehst du das Leuchten dort? Ja, sehe ich. Das ist die Rakete. Die holen wir uns auch. Blatten mal runter. Und da haben wir unsere Rakete. Wunderbar. Die Handymade Rocket. Zeit für ein paar Raketenübungen. Ja, hier können wir diesen Stein benutzen, um nun durch die Gegend zu kicken. Und der geht ganz schön ab. Ja. Ich finde diese Raketen irgendwie am geilsten. Ich muss auch da gerne nochmal ein paar Sachen probieren nachher. So, wie viel Zeit haben wir denn noch? Ich gucke mal gerade nochmal auf die Uhr. Ja, so ein bisschen Zeit haben wir noch. Gut, gucken wir uns hier noch so ein bisschen um. Da kann man die Rakete auch nochmal verwenden. Wie muss ich die denn hier verwenden? Einfach. Ach so. Ah, okay. Also hier wahrscheinlich. Ich weiß ja nicht, ob man hier muss. Wow, was für eine großartige Erfindung. Auf jeden Fall. Ich meine, er sieht schon ein bisschen nerdy aus, oder? Wenn man sich hier so ein bisschen anguckt. Ich meine, er ist glaube ich auch der Erfinder des Ganzen. Und anscheinend scheint er auch nicht so viele Freunde zu haben, wenn er sich mit seinem Radio unterhält. Aber das ist eine Sache, wo wir nicht weiter diskutieren sollten. Ich werde jetzt erstmal gucken, was wir hier noch so finden können. Dort hinten ist unser Auto. Oder was auch immer das ist. Ja, das scheint mir eine Art... Sieht fast aus wie ein Space Taxi. Es tut mir leid. Oh nein, die werden mir die Lizenz entsieben. 0111010. Das soll heißen, ich bin unfähig. Okay. Ja, hm. Ich habe ja schon so einige Ausgänge gesehen. Und das scheint einer zu sein. Sollte ein leichtes sein, da hochzukommen. Ja, schon. Aber ich möchte... Echt, ich möchte wissen, ob ich das hier... Man kann halt wirklich sehr große Sachen zerschneiden. Jetzt kann ich das wahrscheinlich auch hier... Ja, das ist... Das ergibt einem sehr viele Möglichkeiten. Bämms. Nein, nicht zermatscht werden. Ich hoffe, dass das nicht so oft vorkommt. Weil ich habe das auch schon mal getestet. Man kann auch gerne mal zermatscht werden. Ne. So, das schneiden wir auch nochmal. Aber das macht Spaß. Man kann halt das so schneiden. Wir möchten dann ganz viele kleine Pizzastücke. Das ist super. So, so. Und so. Und... Nein, da sollte ich aufpassen. Auch wenn das natürlich dann... Weiß nicht. Ich glaube, da geben sich sehr viele Möglichkeiten für, Sachen zu verstecken. Ich hoffe, die Entwickler waren nicht wirklich arschig in der Hinricht. Aber na gut. So, das heißt, wir müssen jetzt da irgendwie raus. Das heißt, wir müssen das irgendwie zurechtschneiden. Gucken, ob ich das irgendwie ordnungsgemäß hinbekomme. Das ziehen wir hier runter. Oh. Das ist spanisch, oder? Oder habe ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. So komme ich da nicht hoch. Das schneiden wir auch nochmal zurecht. Oh. Das zieht... Oh. Oh. Oh nein. So. Und dann können wir hier hoch. Ja, wunderbar. Das schneiden wir auch nochmal in ganz kleine Stücke. Oh. Oh. Oh nein. Verdammt. Das ist jetzt gerade schon ein bisschen... Okay. Ein bisschen größer vielleicht. So müsste das hinhauen, denke ich. Ziehen wir das mal runter. So. Und dann mit der Rakete weg damit. Zack. Ich finde das einfach wahnsinnig genial irgendwie. Das reicht immer noch nicht. Noch so eine Scheibe abschneiden hier. So. Das ziehen wir uns jetzt so, dass wir da schräg rüber gehen könnten. Na, komm. Komm. So. Na, wunderbar. Dann halt weg damit. Das müsste reichen. Ja, klar. Kommen wir hoch. Wunderbar. Geschafft. Was liegt da? Ein langweiliger Stein. Steine sind nicht langweilig. Man kann mit Steinen sehr viel Spaß haben. Wenn man nichts anderes zu tun hat. Hm. Nehmen wir an, das ist das Ziel meiner Reise, was? Schöne Aussicht. Aber ganz schön hoch. Wie zur Hölle soll ich da runterkommen? Komm, lass mich dir helfen. Das ist Big gewesen. Und Big ist kleiner als wir. Super. Warum? Eine Frage, die ich noch nicht beantworten kann. So, da kriegen wir jetzt immer so eine kleine Statistik. Und es geht weiter. From altitude up upwards. Das ist die nächste Stage. Und wie gesagt, ab jetzt ist es komplett klein. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Aber ich würde auch sagen, ich mache jetzt hier erstmal einen Schnitt. Ich denke, das sollte für die Einflugung reichen. Wir gucken uns jetzt noch den kleinen Storyteil an. Hm. Sieht aus wie eine Art uralter Tempel. Und da sind wir gelandet. Gott sei Dank nicht. Der Schnellabgrund war ja, fast hätte es mich erwischt. Mal wieder. Das war Big, oder? Ich denke ja, hat dich ganz schön in den Hintern getreten, was? Wenn du in den Berg wieder hochkommst, kriegst du bestimmt die Chance auf Rache. Ja. Wenn ich wieder hochkomme. Das, wie gesagt, werden wir aber dann erst im nächsten Part probieren. Das sieht doch wahnsinnig interessant aus. Ich glaube, hier kann man sehr viel Spaß haben, wenn man so ein bisschen rumschneidet. Kann ich das... Ich glaube, man kann auch so wirklich ziemlich alles zerschneiden. Hier wahrscheinlich auch hier so die Plattform. Oh, das war dann eher nicht so... Egal. Das würde ich sagen, probieren wir dann im nächsten Part nochmal richtig. Ich bin gerade schon wieder gestorben. Ich glaube, das ist eine sehr gute Bilanz. Ich bin jetzt dreimal gestorben im ersten Part, oder viermal. Ich weiß es nicht. Aber das ist ja für mich, du wisch. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Part wieder mit Tiny und Big. Bis dahin.